Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 2. Juni 2022. Undertale hatte mitten auf der Straße einen Wutausbruch und brachte den Verkehr zum Erliegen. Eine Augenzeugin namens Gnüftel beschrieb den Vorfall. Undertale fing plötzlich an, mitten auf der Straße rumzuschreien. Das hat für reichlich Unruhe gesorgt. Die Gründe für den Ausbruch von Undertale sind noch nicht bekannt. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Und was soll ich mit dieser Information anfangen? Ich hab Wichtigeres zu tun. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Arsenat Flying. Der 2. Juni war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.